Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Erfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir alle kennen die Situation. Es steht ein Abschied bevor und allen Beteiligten ist klar, dass eine Zäsur setzt, dass danach nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Weil dieser Abschied für lange Zeit dauert oder gar endgültig ist. Nicht selten richtet derjenige, der seinen Abschied nimmt, das Wort an diejenigen, die er zurücklässt. Ein Wort des Dankes für die gemeinsam verbrachte Zeit, ein Wort der Trößung und der Stärkung im Hinblick auf das, was kommen mag, vielleicht gar eine Art von Vermächtnis. Dafür steht der Begriff der Abschiedsrede. Politiker pflegen sie zu halten, wenn sie sich aus dem aktiven Leben zurückziehen. Die Suchmaschinen des Internet liefern auf einen Klick hunderte von Vorlagen für Ansprachen aus Anlass eines Stellenwechsels im Beruf. Vor wenigen Tagen ging die Kabinenansprache eines Fußballspielers, wie man heute zu sagen pflegt, viral, in der er sein Karriereende bekannt gab. Wie der Boulevard sogleich zu berichten wusste, seien Tränen dabei geflossen und einer der Beteiligten wurde mit den Worten zitiert, ein Moment, der bleibt für immer. Abschiedsreden finden sich auch in der Heiligen Schrift. Das Alte Testament überliefert uns sieben davon, so der Patriarchen Isaac und Jakob und natürlich des großen Propheten des alten Bundes, Mose. Auch der heilige Paulus hält in Ephesus eine große Abschiedsrede, die wir in der Apostelgeschichte finden. Freilich, die Abschiedsrede schlechthin hält Jesus selbst. Der heilige Johannes hat sie uns in den Kapiteln 13 bis 17 seines Evangeliums niedergelegt. Schon seit einigen Tagen ist das Evangelium der Heiligen Messe dieser langen Rede entnommen. So auch am heutigen Tag. Fragen wir es aber zunächst, um welchen Abschied es da eigentlich geht. Der unmittelbare Kontext der Rede ist die bevorstehende Passion Jesu. Der Herr bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, in der er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist. Uns, den Jüngern von heute, wird diese Rede vor der Feier an des anderen Abschieds verkündigt, in den Tagen vor der Himmelfahrt des Herrn, seiner endgültigen Heimkehr zum Vater, die wir in der nächsten Woche begehen. Doch das, was du uns heute zu sagen hast, Herr, das klingt düster und bedrohlich. Weniger tröstlich. Es scheint nicht so recht in die Osterzeit zu passen, in der wir doch deinen Sieg über die Mächte der Finsternis feiern wollen. Von Hass ist da die Rede. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und weiter, weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist eine schonungslose Ansage, aber auch, wie wir hinzufügen müssen, eine realistische. Du selbst, Herr, hast es immer wieder während deines öffentlichen Lebens den Jüngern gesagt. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Dieses bis heute ist buchstäbliche Realität. Aus so vielen, zu vielen Gegenden der Welt erreichen uns Nachrichten über blutige Verfolgungen und blanken Hass, dem deine Gläubigen, Herr, ausgesetzt sind. Auch in unseren Breiten zeigen sich Manifestationen dieses Hasses, wenn auch in weniger blutiger Form, gewiss subtiler, doch gleichwohl spürbar und verletzend. In Hohn und Spott, in Zurücksetzung und Diskriminierung, in schamlosen Angriffen auf das Heilige. In Vorbereitung auf das große Jubiläum, das heilige Jahr 2000, schrieb der heilige Papst Johannes Paul II. vor bald 30 Jahren. In unserem Jahrhundert sind die Märtyrer zurückgekehrt. Bedenken wir dabei die wörtliche Bedeutung des griechischen Begriffs Martis. Sie lautet schlicht Zeuge. Und genau das ist es, was du, Herr, uns aufträgst. Kurz vor deinem endgültigen Abschied von dieser Welt, bei deiner Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde. Was heißt das nun für uns? Für dich und für mich? Was können, sollen wir tun, wenn wir selbst mit Anfechtung, Ablehnung oder eben Hass konfrontiert werden? Fühlen wir uns nicht hilflos, geradezu ohnmächtig angesichts des Bösen, des Gottwidrigen? In der Tat, ein einfaches Rezept gibt es nicht. Denn Hass braucht keine näheren Gründe für seine Ausbrüche, erst in sich irrational. Er gilt noch nicht einmal uns persönlich, sondern jedem, der glaubt, weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Damit teilen wir in allem das Los Jesu. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Doch gerade, weil er uns erwählt hat, lässt er uns nicht fallen. Trägt uns, rettet uns. Vor allem lehrst du uns, Herr, wie wir dir in allem nachfolgen, auch in Not und Bedrängnis. Bei deiner Gefangennahme hast du deinen himmlischen Vater nicht um mehr als zwölf Figuren Engelsbeistand gebeten und den Jünger in die Schranken gewiesen, der dem Diener des Hohen Priesters das Ohr abgeschlagen hatte. Mit deinem Leiden und Sterben hast du das Böse von innen geradezu ausgehöhlt und so überwunden. Der heilige Paulus gibt uns daher den Rat, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Griffiger noch formuliert es der heilige Josef Maria, wenn er davon spricht, wir sollten das Böse im Überfluss des Guten ersticken. In diesem Ringen stehst du, Herr, uns zur Seite. Auch wenn es den Anschein hat, der Kampf sei aussichtslos und verloren, Gott verliert keine Schlachten, so wiederum der heilige Josef Maria. Denken wir an das geheimnisvolle Bild aus der geheimen Offenbarung des Johannes. Der Drache steht vor der Frau, die gebären sollte, und schickt sich an, das Kind zu verschlingen, sobald es geboren war. Doch das Kind wurde zu Gott entrückt und für die Frau hatte Gott in der Wüste einen Zufluchtsort geschaffen. Seit jeher hat die Kirche dieses Bild auf Maria und ihren Sohn Jesus bezogen. Gerade Maria hilft uns auch heute in unserem Kampf. Der heutige Tag ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. Die Ereignisse von mehr als 100 Jahren in diesem abgelegenen Ort in Portugal zeigen uns das Handeln Gottes, lassen uns erkennen, wie du, Jesus, uns immer wieder in unsere Bedrängnis und in den Nöten der Welt zur Hilfe kommst. Mitten im mörderischen Ersten Weltkrieg lässt du deiner Mutter drei kleinen Hirtenkindern Botschaften zukommen, die den Ausweg aus dem Teufelskreis von Hass und Gewalt aufzeigen, die doch nur wieder Hass und Gegengewalt hervorbringen können. Die Macht des Gebetes, vor allem des Rosenkranzes. In besonderer Weise bat die Mutter Gottes die Kinder und durch sie uns alle für zwei entscheidende, zeitlose Anliegen zu beten. Für die Bekehrung der Sünder und für den Frieden in der Welt. Denn wenn die Sünder umkehren, dann finden sie den wahren Frieden, den Frieden ihres Herzens. Und dieser Friede erst schafft den wahren, den dauerhaften Frieden in der Welt, der weit mehr ist als das bloße Schweigen der Waffen. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache, dass uns das gelinge, was eines unserer schönen Kirchenlieder so tiefgründig auf den Punkt bringt. Lass uns den Hass, das bittre Leid, fortlieben aus der dunklen Zeit, lass uns dein Reich erscheinen. Ich danke dir, Herr Gott, für die guten Vorsätze, Regeln und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine umfleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. 管 satisf싦 Eingebungen bei der where wo der Bohn im